Bitte sehr, Mr. Krabs, den haben Sie verdient. Tja, Minium, du hast an mich geglaubt und deswegen fällt dein Zahltag heute auch nicht aus. Was ist mit mir? Also für dich, Ex-Keptan Thaddeus, ist heute kein Zahltag, sondern ein Zärtag. Wie heute? Legt euch ins Geschirr, ihr Landrat. Es geht zurück nach Bikini Bottom. Bis zum nächsten Mal. Oh, Tina, kommst du klar, Mädchen? Sollen wir sie aus und wieder einschalten? Wissen wir denn überhaupt, ob sie noch Garantie hat? Ich will ja nicht unsensibel sein, aber sollten wir sie in einen schalldichten Schrank stecken und mit unserem Leben weitermachen? Oder wenigstens vor ihr herlaufen? Also vielleicht läuft sie lieber vor uns, dann wissen die Leute, dass wir kommen. Okay, Vorsicht, lasst uns durch aus dem Weg!